Ich bin jetzt im Jahre 1816 angekommen. Ruhige See. Der letzte bekannte Standort der Medusa, Agar-Sandbank. Wann sind Sie denn das letzte Mal zur See gefahren? Vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren. Ihnen geht tierisch der Kackstift. Und der Kackstift, der malt schon. Nein, drei Tage Rudern, das ist viel zu weit. Vollkommen ausgeschlossen. Viel zu gefährlich. Zu gefährlich? Ja, ja, ach so, natürlich. Ja, dann machen wir ein, naja, ein, 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 ein Walkmanöver. Niederkommt! Niederkommt! Das Wichtigste beim Warten ist, dass das Schiff leichter wird. Wir müssen Ballast abwerfen. Der entsacht auch. Haben Sie noch alle Tassen im Schreit? Das ist ein Slowjuicer. Ich bin sehr wohl in der Lage, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Allerdings pflege ich einen modernen Flukusgutchen. Ich habe eine gute eigene negócio, das ist ein chewiejationsmal. Ja, das ist ein Hugel. Auch, als er sagt, dass das Schiff leichter wird. Er braucht es ein W dessert. Untertitelung des ZDF, 2020